Musik Hast du dich je gefragt, warum wir an Weihnachten Tannen fällen und sie in unsere Häuser schleppen, sie mit fantasievollen Dekorationen schmücken und Geschenke unter sie legen? James Arthur schrieb in Pilze und Menschheit, also warum bringen die Leute bei der Wintersonnenwende Kiefernbäume in ihre Häuser, legen bunte, rote und weiße Pakete als Geschenke unter ihre Zweige, um so ihre Liebe zueinander zu zeigen und als Darstellung der Liebe Gottes und des Geschenks des Lebens seines Sohnes? Es ist, weil unter dem Kiefernzweig genau die Stelle ist, an welcher man diese heiligste Substanz, den Amanita muscaria, den Fliegenpilz, in der Natur finden wird, Zitat Ende. Der Fliegenpilz ist der rot-weiße Magic Mushroom, der fast ausschließlich unter Kiefernbäumen wächst. Sein psychoaktiver Hauptinhaltsstoff ist Muskemol, sowie ein festgestellter Anteil an Dimethyltryptamin, DMT, ein in der Zirbeldrüse des Gehirns natürlich hergestelltes Entheogen. Die Pinienzapfenförmige Zirbeldrüse ist ein Organ, welches das gleiche DMT herstellt, das in diesem Kiefernpilz vorkommt und viel mehr. Dr. Rick Strassman schrieb in DMT, The Spirit Molecule, DMT existiert in jedem von unseren Körpern und kommt im ganzen Tier- und Pflanzenreich vor. Es ist ein Teil des normalen Aufbaus von Menschen und anderem Säugetieren, Meerestieren, Gräsern und Erbsen, Kröten und Fröschen, Pilzen und Schimmelpilzen, Rinden, Blumen und Wurzeln. DMT ist in dieser Blume dort, in diesem Baum da und in jenem Tier. Es ist ganz einfach überall, wo du hinschaust. In der Tat, man kommt zu der Erkenntnis, dass es eine Meldung wert ist, wenn DMT mal nicht vorgefunden wird. Zitat Ende. Nochmal James Arthur. Die Kiefer ist einer der bekanntesten wesentlichen Überbleibsel von Weihnachten. Unter diesem Baum finden jene, die man für gut erachtet, ihre Belohnung in der Gestalt eines Geschenks. Ein großer rot-weißer Pilz wächst unter einem solchen Baum, unter dem wir auch am Heiligen Abend unsere Geschenke finden. Zitat Ende. Die Weihnachtsfarben Grün, Rot und Weiß kommen von dem Tannenbaum und von den rot-weißen Pilzen unter ihm. Das englische Wort für Weihnachten, Christmas, kommt ursprünglich vom ägyptischen Christ, Krst, K-R-S-T, der Gesalbte, und Mess, der jährlich von den Ägyptern gemachte und gegessene heilige Kuchen. Dieses heilige Abendmahl wurde ursprünglich aus dem Fliegenpilz gemacht, oder war der Pilz selbst. Diesen Brauch gab es in der ganzen altertümlichen Welt. Das meiste der heutzutage anerkannten Symbolik diesbezüglich kommt von dem vorchristlichen Nordeuropa. Nochmal James Arthur. Die Bezeichnung Christmas ist aus den Worten Christ oder Christ, was jemand, der mit der magischen Substanz gesalbt wurde, bedeutet, und Mass, Messe, eine spezielle religiöse Zeremonie der sakramentalen Verspeisung des Abendmahls des Leibchristis, zusammengesetzt. In der katholischen Tradition wurde diese Substanz, der Leib oder Körper, durch die Doktrin der Wesensumwandlung oder Transsubstantation, ersetzt, bei der in einer magischen Zeremonie der Priester behauptet, die Fähigkeit zu besitzen, eine Oblate in den wahrhaftigen Leib Christi zu verwandeln, d.h. einen Ersatz oder Placebo. Zitat Ende. Dana Larsen, die psychedelischen Geheimnisse des Weihnachtsmanns, zitierend, Obwohl die meisten Menschen Weihnachten als Weihnachtsferien sehen, sind die meisten Symbole und Bilder, welche wir mit den Weihnachtsfeierlichkeiten verbinden, tatsächlich von den schamanischen Traditionen der Volksstämme des vorchristlichen Nordeuropas abgeleitet. Der heilige Pilz dieser Leute war der rot-weiße Fliegenpilz. Diese Menschen lebten in Behausungen aus Birkenholz- und Rentierhaut, Jurten genannt. Ähnlich den Tipis der nordamerikanischen First Nations wird die Hauptöffnung der Jurte für den Rauch oft als Eingang benutzt. Nachdem die Pilze von ihrer Stelle unter den heiligen Bäumen aufgelesen wurden, pflegten die Schamanen ihre gefüllten Säcke zu den Jurten der Leute zu tragen. Sie kletterten den Kamin oder Eingang hinab und teilten die Pilze als Geschenk mit den Bewohnern in der Jurte. Der Weihnachtsmann zieht sich ebenso wie ein Pilzsammler an. Wenn es an der Zeit war, hinauszugehen und die magischen Pilze zu ernten, pflegten sich die altertümlichen Schamanen ähnlich wie der Weihnachtsmann zu kleiden, einen rot-weißen pelzbesetzten Mantel und lange schwarze Stiefel tragend. Zitat Ende. Bis zu diesen Tage kleiden sich die sibirischen Schamanen in feierlichen rot-weiß pelzbesetzten Jacken, um die Magic Mushrooms einzusammeln. Erst nehmen sie die Pilze und trocknen sie auf Kiefernzweigen, was sie zur Einnahme bereit macht und die zu tragende Last leichter macht. Dies ist der Grund, warum wir unsere Weihnachtsbäume mit Verzierungen und Lichtern schmücken, weil die Sammler immer die Bäume mit trocknenden Pilzen zu schmücken pflegten. Als nächstes steckt der Schamane seine rot-weißen Geschenke in einen Sack und macht sich daran, von Haus zu Haus zu gehen, um sie auszuliefern. Während sibirischen Wintern häuft sich der Schnee über die Türen ihrer Jurten, sodass der rot-weiß gekleidete Schamane die Rauchöffnung, den Kamin, hinabsteigen muss, um die Geschenke in seinem Sack zu verteilen. Letztlich hängen die dankbaren Dorfbewohner die Pilze auf oder stecken sie in Strümpfe und hängen sie ans Feuer zum Trocknen. Wenn sie dann später nachschauen, sind ihre Geschenke unter der Kiefer alle getrocknet und zum Verzehr fertig. Nochmal Dana Larsen. Der Amanita-Pilz muss getrocknet werden, bevor man ihn verzehrt. Der Vorgang des Trocknens verringert den Giftgehalt des Pilzes und erhöht seine Wirksamkeit. Der Schamane pflegte die Gruppe, bei der Aufreihen und Aufhängen der Pilze zum Trocknen an der Feuerstelle anzuleiten. Dieser Brauch spiegelt sich noch in der heutigen Zeit beim amerikanischen Brauch wieder, Popcorn, Preiselbeeren und andere Sachen aufzureihen und an den Baum zu hängen. Und James Arthur schrieb, Die altertümliche schamanische Verwendung des Fliegenpilzes in Sibirien ist reichhaltig dokumentiert. Trotz staatlicher Unterdrückung gegen seine Verwendung gibt es immer noch viele, die es ablehnen, die offizielle Staatsreligion zu akzeptieren und im Geheimen die schamanischen Bräuche fortführen. So wie die Schamanen die Pilze in einem Sack zu sammeln pflegten, welchen sie mit sich brachten, wenn sie eine Zeremonie vollführen, bringt auch der Weihnachtsmann an Heiligabend Geschenke in einem Sack. Zitat Ende. Sibirische Rentiere fressen auch gern Fliegenpilze, deswegen werden sie häufig zum Aufspüren von den herdenhaltenden Einheimischen benutzt. Da eines der halluzinatorischen Erlebnisse, welches man oft bei der Einnahme von psychedelischen Pilzen fühlt, das Fliegen ist, ist der Mythos der fliegenden Rentiere des Weihnachtsmanns vermutlich von dort her geleitet. Dazu Dana Larsson. Rentiere waren die heiligen Tiere dieser halbnomadischen Völker, da die Rentiere sie mit Essen, Obdach, Kleidung und weiteren Bedarfsgütern versorgten. Rentiere lieben es auch, die Amanita-Pilze zu fressen, sie suchten sie heraus und tänzeln dann unter ihrem Einfluss herum. Die Wirkungen der Pilze schließen üblicherweise Wahrnehmungsverzerrungen und Fliegen ein. Das Gefühl des Fliegens könnte für die Legenden von fliegenden Rentieren verantwortlich sein und Legenden von schamanischen Reisen beinhalten Geschichten von geflügelten Rentieren, ihre Reiter zu den höchsten Ästen des Baumes des Lebens bringend. Zitat Ende. Die fliegende Rentier, Schlitten und die gesamte Weihnachtsmann-Mythologie stammt aus Sibirien, wo der heilige Nikolaus, der Schutzheilige der Kinder, ein Ersatz für die heimischen Schamanen ist. Dazu James Arthur. Der heilige Nikolaus, bekannt als der Schutzheilige der Kinder, ist der am meisten verehrte Heilige in Russland gleich hinter den Aposteln. Er ist der Ersatz der russischen orthodoxen Kirche für den von den einheimischen Menschen hochverehrten Schamanen. Ein Schamane ist ein heiliger Mann, der sich gut mit einer Art der Spiritualität auskennt, welche pflanzliche Entheogene, eine NTE, also Nahtoderfahrung oder AKE, außerkörperliche Erfahrung ermöglichen. Der heilige Nikolaus mag zwar kein Schamane gewesen sein, Symbolik auf und Farbe seines Gewandes könnten jedoch zu dieser Vermutung anregen. Dana Larsson schrieb, einer der Nebeneffekte des Verzehrs von Amanita-Pilsen ist, dass die Haut und die Gesichtszüge einen rötlichen Schein annehmen. Darum ist der Weihnachtsmann immer mit glühenden roten Backen und Nase abgebildet. Sogar das Ho-Ho-Ho des Weihnachtsmanns ist das heitere Lachen von jemandem, der sich den magischen Pilzen hingegeben hat. Könnte dies der Grund sein, warum die Nase von Rudolf dem Rentier auch rot ist? Nochmal Dana Larsson, die berühmte wundersame Reise vom Weihnachtsmann, bei welcher ihn sein Schlitten in einer einzigen Nacht um die Welt bringt, stammt von den himmlischen Streitwagen ab, die von Göttern verwendet wurden, von denen der Weihnachtsmann und andere schamanische Gestalten stammen. Der Streitwagen Odins, Thors und sogar des ägyptischen Gottes Osiris ist als der große Wagen bekannt, welcher als Sternbild bekannt in einem Zeitraum von 24 Stunden um den Nordstern Polaris kreist. In abweichenden Versionen von der altertümlichen Geschichte wurde der Streitwagen von Rentieren oder Pferden gezogen. Als die Tiere erschöpft wurden, fiel ihr vermischter Speichel und Blut zu Boden und bildete dabei die Fliegenpilze. Zitat Ende. Nochmal James Arthur. Es ist einigermaßen das Allgemeinwissen, dass der Weihnachtsmann oder Heilige Nikolaus eine Verschmelzung von älteren germanischen nordischen Göttern wie Thor, Dona, Odin und Wotan war. Was nur noch abweicht ist, dass der Weihnachtsmann durch den Himmel in seinem Schlitten fliegt und Odin sowie der Rest durch den Himmel in seinem Streitwagen fuhr, was in dem Sternbild des großen Wagens abgebildet ist. Der große Wagen ist der Streitwagen von Odin und Wotan, Thor, König Arthur und sogar Osiris von Ägypten. Der Streitwagen, der den Nordstern in einem Zeitraum von 24 Stunden umkreist, ist daher auch als der Schlitten von dem Weihnachtsmann bekannt, weil er um seine mythologische Heimat kreist, den Nordpol. Es ist nicht überraschend, dass nordische, germanische Götter in der Mythologie Verknüpfungen zu Pilzen haben. Als Thor seinen pilzförmigen Hammer zu Boden schmeißt, bewirken mächtige Donner- und Blitzeinschläge, dass die wirklichen Pilze erscheinen. Als die Odin in seinem Streitwagen über den Himmel ziehenden Pferde überanstrengt waren, fällt ihr blutvermischter Speichel auf den Boden und bewirkt das Wachsen der Fliegenpilze an genau diesen Stellen. Zitat Ende Wahrscheinlich war Osiris im antiken Ägypten der erste Weihnachtsmann, der seinen fliegenden Streitwagen vom und zum Nordpol fuhr. Er wurde am 25. Dezember geboren und feierte, indem er Geschenke unter einen Tannenbaum legte. Nochmal James Arthur Nicht nur streifte Osiris in einem Streitwagen durch den Himmel, nach seinem Tod fand Isis gar, dass eine Tanne, eine Zeder, über Nacht von einem abgestorbenen Stumpf zu voller Größe gewachsen ist, was als ein Zeichen von Osiris' Wiedergeburt und Unsterblichkeit verstanden wurde. Interessanterweise ist die traditionelle Geburt von Osiris der 25. Dezember. Dieser Tag wurde auch jährlich durch das Ablegen von Geschenken unter die Zeder gefeiert. Diese Tradition ist mindestens 5000 Jahre alt. Die Geburt von Horus durch die göttliche jungfräuliche Mutter Isis ist vielleicht die älteste Darstellung der Göttin-Sohn-Mythologie, doch ist dies oder das tatsächliche Alter der astrotheologischen Tierkreiszeichen, Jungfrau gebiert Kind, Gott-Stern-Mythologie, unmöglich mit Sicherheit zu wissen. Es ist jedoch die älteste Quelle, die ich fand. Zitat Ende. Das englischsprachige Wort für Weihnachtsmann, Santa, ein Anagramm für Satan, kleidet sich in Rot, führt Listen von artigen und unartigen Kindern und scheint Weihnachten von Jesus stehlen zu wollen. Wenn man das jedoch in dem Pilzkontext betrachtet, dann ist der Weihnachtsmann nicht ein duldender, allwissender Listenführer. Er ist ein Entheogen, eine Pflanze oder Substanz, von welcher man sagt, dass sie den Gott in einem hervorbringt. Das Wort gliedert En für innerhalb, Theo für Gott und Gen für generieren, erzeugen, auf. Den Gott in dir erzeugen. Wenn du je ein Entheogen eingenommen hast, wie zum Beispiel Psilocybin, DMT, Peyote, Ayahuasca, dann bist du dir bereits der spirituellen oder sogar religiösen mit ihm verbundenen Erfahrungen bewusst. Wie jeder, der sie probiert hat, weiß, und fast niemand, der dies nicht hat entschieden bestreitet, bringen uns diese Entheogene unmittelbar mit dem göttlichen Funken in uns in Kontakt. Sie erlauben uns Zugang zu einem höheren Bewusstsein und öffnen dein drittes Auge. Die äußere materielle Welt löst sich auf und die fünf Sinne kehren zu einem Zustand von einem Sinn, einem Bewusstsein zurück. Nochmal James Arthur. Erkenntnisse aus erster Hand gibt es durch die Einnahme dieser heiligen Substanzen, von denen so viel geschrieben wurde, dass dieser kurze Bericht kaum die Oberfläche kratzt. Es ist dieser unmittelbare gegenseitige Kontakt, der wahrlich das Mittel ist, mit welchem ein Mensch sein wahres, spirituelles Wesen erfahren kann. Man muss seine eigene Spiritualität sehr ernst nehmen, denn dies ist es, was wir wirklich sind. Wie ich im Anfangssatz behauptete, diese Erfahrung hat einen äußerst großen Wert, und zwar dermaßen, dass ich sie als notwendig für den Entwicklungsprozess von jedem Menschen betrachte und unvermeidlich für die ganze Menschheit. Wenn du Unheil, Boshaftigkeit oder Unaufrichtigkeit in dir hast, dann werden dich Entheogene in die Tiefen deiner eigenen Hölle hinabziehen. Wenn du jedoch Güte, Liebe und Wahrheit in dir hast, dann werden dich Entheogene in die Höhen des Himmels befördern. Wenn Leute eines beschränkten Gemüts oder in einer negativen Stimmung Magic Mushrooms essen, haben sie gewöhnlich einen schlechten Trip und erfahren angsterregende, niederschmetternde Halluzinationen. Wenn Menschen mit einem aufrichtigen Gemüt oder in einer frohen Stimmung diese Pilze essen, haben sie gewöhnlich einen großartigen Trip und erfahren Stunden von unbeherrschbarem Lachen und ein liebendes Gemeinschaftsgefühl mit allen Anwesenden. Genauso wie der Weihnachtsmann über Kinder, die unartig und brav sind, Buch führt, so kriegen an Ostern nur brave Kinder, bunte Eier zu essen. Dies ist wahrscheinlich so, weil gute Kinder auf Pilzen lustig sind und eine Menge Spaß haben, wohingegen unartige Kinder auf Pilzen einen schlechten Trip für jedermann garantieren. So bekommen sie in manchen Kulturkreisen Kohlestücke zu Weihnachten und keine Eier an Ostern. Zitat Ende. Nochmal James Arthur. Der Weihnachtsmann ist eine allwissende Symbolfigur, der in den Herzen und Absichten von jedermann liest. Jedem Kind wurde die Geschichte des Verteilers, der Rot-Weiß trägt, und seinen Gefährten, Rentieren, Knecht Ruprecht und der Weihnachtsfrau erzählt. Ihnen wird auch die Geschichte des sagenhaften weltweiten Fluges in einem Schlitten erzählt, welcher ihnen die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum beschert. Doch wenn ein Kind das Alter des Denkens erreicht, dann wird es darüber informiert, dass diese Geschichte erfunden ist. Auf die Psyche eines jungen Kindes wirkt diese Offenbarung niederschmetternd. Dies ist auch der Zeitpunkt, an welchem das Kind oft von dem Schock durch die Versicherung besänftigt wird, dass die religiösen Überzeugungen, denen die Eltern oder Betreuer anhängen, tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Und ein Versuch wird unternommen, die jeweiligen religiösen Traditionen als die wahre Bedeutung für die Feier in die Feiertage zu übernehmen. Zitat Ende. Weihnachtsmann und Osterhase wurden beide ihres Ursprungs entwurzelt. Sie begannen als mythologische Pilzfiguren in einem spirituellen Kontext von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen verstanden. Nun ist ihre wirkliche Bedeutung unterdrückt und ein falsches Bild wurde zu einem Geschäft für Coca-Cola, Schokoladenhersteller und so weiter. Dies hatte die Wirkung, dass mythologische Figuren zu Fantasien und Lügen gemacht wurden. Es war für Kinder, wenn sie erwachsen werden, eigentlich nicht gedacht zu entdecken, dass Eltern, Familie und Freunde sie über Weihnachtsmann und Osterhasen belogen haben. Sie sollten die tieferen Bedeutungen hinter den Mythologien, wie das altertümliche astrotheologische Verständnis, der Himmel, das Wissen über die Präzision der Tierkreiszeichen und jahreszeitlichen Zyklen wie Sonnenwänden und Tag- und Nachtgleichen, entdecken. Der ganze Facettenreichtum des modernen Weihnachtsmythos ist ein unerklärliches Durcheinander ohne den Magic Mushroom. Die Geschichte ist völlig unverständlich. Nochmal Dana Larsen. Einige Psychologen haben über die kognitive Dissonanz diskutiert, welche auftritt, wenn Kinder dazu ermutigt werden, an die tatsächliche Existenz vom Weihnachtsmann zu glauben, nur um dann die Lüge der Eltern herauszufinden, wenn sie älter werden. Durch diese Täuschung bringen wir sie um ein wertvolles Erbe. Viele Menschen der modernen Welt haben Weihnachten als zu kommerziell abgelehnt. Sie behaupten, dass dieser Brauch des Schenkens in Wirklichkeit ein Fest der Gier und des Materialismus ist. Doch liegt der wahre Geist dieses winterlichen Festes nicht in dem Austausch von Plastikspielzeug, sondern im Feiern einer Gabe der Erde, die sprießende Spitze eines Magic Mushrooms und die aufschlussreichen Erfahrungen, die er hervorbringen kann. Anstatt veraltete und verwirrende Feiertagsmythen aufrecht zu erhalten, könnte es erfüllender sein, zu der ursprünglichen Bedeutung dieser jahreszeitlichen Feierlichkeiten zurückzukehren. Wie wäre es, zum Ursprung zurückzukehren und einige Magic Mushrooms mit deinen Liebsten während dieser Sonnenwende zu genießen? Welch bessere Gabe kann eine Familie teilhaben, als ein kleines Stück Liebe und Erleuchtung? Die Ostereiersuche ist eine weitere Tätigkeit, welche ohne Pilze unerklärlich ist. Die derzeit herrschende Auffassung ist, dass der Osterhase bunte Eier in oder um jedes Haus legt, damit Kinder danach suchen und sie in Osternestern sammeln. Aber seit wann legen Hasen denn Eier? Warum sind diese Eier bunt und gemustert? Und warum werden sie vor uns verborgen, um sie zu suchen und in Nestern zu sammeln? Natürlich legen Hasen keine Eier, in antiken Mythen jedoch wird von den Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttinnen Eostre und der germanischen Ostara gesagt, dass sie beide einen Vogel retteten, dessen Flügel während des Winters gefroren waren, indem sie ihn in einen Hasen verwandelten. Da der Hase einst ein Vogel war, konnte er immer noch Eier legen und der eierlegende Hase wurde zu unserem Osterhasen. In der früheren babylonischen Version kommt Ishtar von dem Mond in einem riesigen Ei. David Icke schrieb in Geschichten aus der Zeitschleife, das christliche Fest Ostern kommt von demselben Ursprung. Ostern kommt von der babylonischen Göttin Ishtar, erneut Semiramis, und es feiert ihren Sohn Tammuz, welcher der einzige gezeugte Sohn der Mondgöttin und des Sonnengottes war, Nimrod und Semiramis. Die Oster-Ishtar-Eier und der Oster-Hase stammen ebenfalls aus Babylon. Königin Semiramis sagte, sie kam aus einem riesigen Ei vom Mond, und dies wurde als Ishtar-Ei bekannt. Tammuz wurde nachgesagt, dass er sehr Hasen mochte, und so erhielten wir den Osterhasen. Oh ja, und es gibt auch heiligen Kuchen mit einem Tee obendrauf. Das Tee ist ein wesentliches Symbol der Freimaurerei wegen seiner Verbindung mit Babylon und Tammuz. Die in katholischen Zeremonien verwendete christliche Oblate kommt von dem ägyptischen Ta-Na, dem Opferbrot des Mondes. Christen denken, das Brot symbolisiere den Leib Christi, während sie tatsächlich bei einem Ritual um den ägyptischen Mondgott mitwirken. In dem altertümlichen ägyptischen Mythos flieht Isis in Gestalt eines Phönix vor dem Feind, wenn sie sich in einen Hasen verwandelt und in einen unterirdischen Bau rettet. Hasen und Kaninchen und Vögel wurden seit Urzeiten mit Frühling und Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht. Weniger bekannt ist jedoch ihre Verknüpfung mit dem Magic Mushroom. Der rot-weiße Fliegenpilz wurde lange Zeit durch den Phönix symbolisiert und der braune Pantherpilz Amanita durch den Hasen. James Arthur schrieb in Pilze und die Menschheit, der Phönix. Aus der Asche, den Sporen, erscheint das Ei. Dann kommt der nach oben gerichtete Hut des Pilzes, einen gold- und rotfarbigen Vogel darstellend, die Lamellen des Hutes als Federn. Dann verbrennt die Hitze, also die Sonne, den Pilz und erlöst sich auf, erneut nur Asche, Sporen hinterlassend und letztendlich den ganzen Kreislauf wiederholend. Die Mythologie des Phönixvogels ist ein weiterer Teil der Pilz Symbolik. Da der Fötus in dem Hochofen der Gebärmutter entsteht, so wird der Pilz, dieses böse Gärmittel des Bodens, wie Nikandros im zweiten Jahrhundert nach der Zeitenwende ihn nennt, erzeugt. Ein Mutterleib in einem Mutterleib gewissermaßen. Wie der sagenhafte Phönix ist der Pilz selbst erzeugt und erzeugt sich immer wieder, von der Vulva hervorbrechend, nur um dann schnell zu vergehen und anschließend, rätselhafterweise, wieder zu erscheinen. Eine Wiederauferstehung seiner selbst." Beim Entspringen des kleinen Kopfes des Fliegenpilzes aus dem Boden drückt er die Kieferennadeln beiseite, eine winzige kreisförmige Mauer bildend, die aussieht wie ein Vogelnest. Wenn viele Pilze nahe beisammen sind, schauen ihre durch die Kieferennadeln aufkeimenden Köpfe wie kleine Eier in einem heruntergefallenen Nest aus. Ungleich Vogeleiern sind diese gepunktet, bunt und magisch. Wenn die kleinen Pilze aus dem Boden geschossen sind, sehen die verbliebenen Nadeln wie ein Hasenbau aus, erneut an die Vogel-zu-Hase-Symbolik anknüpfend. Also gehen Familien und Kinder im Frühling mit Osternestern in den Garten, um diese Magic Mushrooms zu suchen. Während der nachchristlichen Zeiten gab es eine germanisch-christliche Opfertradition des Verzehrs von bunten Eiern nach einem langen Fasten in der Bußezeit. Die vorchristlichen Ursprünge der Osterfeier kommen erneut aus Ägypten, wo die Eier nicht als solche bekannt waren, sondern als aufkeimende kleine Pilze. Nochmal James Arthur. Es gibt eine Menge hieroglyphischer Abbildungen von Pflanzen, von denen viele psychedelisch sind, auf Mauern und in Schriften im gesamten Ägypten. Dies ist zu erwarten und doch wird dies nicht bemerkt oder wird von den meisten Leuten, die Ägypten und seine religiösen Schriften studieren, ignoriert. Die in jedem ägyptischen Tempel befindlichen Säulen sind geformt wie riesige Pilze. Diese sind geformt wie Wulstlinge, jene wie Kahlkopfpilze. Andere schauen wie Baumpilze aus und sind geschmückt mit Bildern einer unglaublichen Vielzahl an Pflanzen. In Ägypten sind unzählige Säulen wie riesige Pilze geformt, mit hohen Stielen, Schirmhüten und Pilzgravierungen überall, oben, unten und um sie herum. Im ägyptischen Totenbuch sind sie die Speise der Götter genannt oder himmlische Speise und das Fleisch der Götter. In ägyptischen Tempeln gibt es viele Bilder von Göttern, Neter, die Menschen das Ank-Kreuz, Kreis-Symbol, zu essen geben, von welchen es heißt, dass es das Wasser des Lebens und die Unsterblichkeit darstellt. Dies deutet ebenfalls den Pilz an, da er das Elixier der Unsterblichkeit und der Quell der Jugend genannt wird. Bilder von geflügelten babylonischen und sumerischen Göttern zeigen, wie sie Menschen mit Kiefernzapfen ernähren. Könnte dies der Bezug zu der kiefernzapfenförmigen Zirbeldrüse sein? Im Vatikan befindet sich erstaunlicherweise eine riesige Statue eines Kiefernzapfen in dem Fontella della Pina. Auf dem Stab des Papstes ist auch ein Kiefernzapfen abgebildet, genau auf der Höhe seines dritten Auges, der Zirbeldrüse. Antike sumerische Götter wurden stets beim Ernähren von Menschen mit Kiefernzapfen abgebildet, genau wie die ägyptischen Götter beim Ernähren von Menschen mit dem Ank-Symbol gezeigt werden. Wegen ihrer samenlosen Wachstums- und Keimeigenschaft wurden Pilze von den altertümlichen Menschen als jungfräuliche Geburten angesehen. Sie waren der Ansicht, dass Pilze aus dem Tau sprossen, die göttliche Flüssigkeit, welche morgens auf zauberhafte Weise erscheint. Sie glaubten auch zu Recht, dass der Fliegenpilz die Frucht des Baumes ist und bezogen sich entsprechend darauf. Dana Larson schrieb in »Die psychedelischen Geheimnisse des Weihnachtsmanns«, die Pilzhüte sind die Frucht der größeren Pilzwurzeln, Mycelien, im Boden, die in einer symbiotischen Beziehung mit den Wurzeln des Baumes sind. Für altertümliche Menschen waren diese Pilze im wahrsten Sinne des Wortes die Frucht des Baumes. Sie waren erstaunt, wie diese magischen Pilze aus der Erde ohne sichtbare Samen entsprangen. Sie betrachteten diese jungfräuliche Geburt als das Ergebnis eines Morgentaus, der als der Samen von einem göttlichen Wesen angesehen wurde. Das silberne Lametta, welches wir an unseren modernen Weihnachtsbäumen anbringen, stellt diese göttliche Flüssigkeit dar. Serpents ist ein englisches Wort für Schlangen und ein Anagramm für Presence, Geschenke, wie jene, die man unter dem Weihnachtsbaum findet. An Weihnachten wickeln wir Lichterketten um den Baum, wie eine Schlange des Baums des Lebens, der um das Licht der Erkenntnis beschert. Ein Christ büßt, englisch repents, auch für seine Sünden, was merkwürdigerweise ein weiteres Anagramm für Present und Serpent ist. Nochmal James Arthur. Die eigentliche Pilzpflanze ist der unterirdische Mycel, der unmittelbar an den Baumwurzeln anhängt. Der Pilz selber ist nur der Fruchtkörper des Mycels. Der Pilz ist in Wirklichkeit die Frucht des Baumes. Sie wachsen in einer mykorrhizale, also nicht parasitären Beziehung mit dem Baum. Viele Leute folgen dem Brauch, einen Baum in ihr Heim zu bringen und Geschenke darunter zu legen, haben jedoch keine Ahnung, warum eigentlich. Sogar Leute, die denken, dass sie es wissen, haben normalerweise kein Wissen über diesen Bezug zu Pilzen. Die wahre symbolische Bedeutung übertrifft den dogmatischen, etymologischen und historischen Beweis, indem sie sich in der vollkommen offensichtlichen Bilddeutung und historisch begleitenden Mythen und Traditionen offenbart. Hier ist eine unvollständige Liste der vielen Bezeichnungen und Assoziationen bezüglich der Magic Mushrooms. Soma war und ist der Pflanzengott der Hindus und griechisch für Körper. Ambrosia war griechisch für Speise der Götter. Das ägyptische Totenbuch nennt sie Speise der Götter und himmlische Speise sowie Fleisch der Götter. Sie sind Amrita, das buddhistische magische Sakrament und Haoma, das islamische Sakrament. Sie werden das Brot des Lebens und der Leib der Seligkeit, das goldene Vlies, das kosmische Ei, das Osterei, der kleine weiße Stein, der Stein der Weisen, das Schwert im Stein, der Phönix, die Säule oder der Phallus von Osiris, der Jetpfeiler, das Auge des Horus und das Jedi, ausgesprochen Jedi, siehe Star Wars. Der Weltenbaum, viele Kulturen dachten, der Pilz sei der Schöpfer der Welt. Der Fliegenpilz, der Brunnen des lebenden Wassers, da der Pilz lebt, 90% Wasser enthält und grunnenförmig ist und Thors Hammer genannt. James Arthur nochmal. Der Pilz selber hat sehr interessante Merkmale, welche Gold, Fleisch, Blut und Adern, Phallus, Vulva, Feuer, Tasse, Untertasse sowie eine Scheibe oder einen Himmelskörper ähneln und mit ihm in Verbindung gebracht werden. Der Pilz wird anthropomorphisch als ein Mensch, ein Gott, etwas von außerirdischer Herkunft, ein Pflanzengott, Soma, der Vermittler zwischen Menschheit und Gott, Göttern, Göttinnen, personifiziert, in den antiken hinduistischen religiösen Büchern als die Veden bekannt. Zitat Ende. Der Psylozybin haltige Pilz hat Eigenschaften ähnlich jenen des Fliegenpilzes und wurde die Geschichte hindurch verehrt und mythologisiert. Ungleich dem Amanita-Pilz, Frucht des Baumes, wächst Psylozybin auf dem Mist einer Kuh. In Indien werden Kühe aus verschiedenen Gründen als heilig verehrt, aber besonders für ihre heilige Scheiße, ihren heiligen Mist. Die antiken Ägypter verehrten Muttergöttin Hathor, die heilige Kuh, deren Körper das Firmament war und die täglich Horus Ra gebar, ihr goldenes Kalb. In Südostasien wird der Elefant vor anderen Tieren verehrt, wie die Kuh in Indien, weil Magic Mushrooms auch in Elefantenmist wachsen. Daher Dumbo der fliegende Elefant. Psylozybin-Pilze werden dunkelblau, wenn man sie quetscht oder trocknet und sind üblicherweise dementsprechend abgebildet. Dies ist, warum Ganesha, der indische Elefantenmensch, Gott, blau ist und über die Reiche der Kunst und Kreativität herrscht. Andere Hindu-Götter sind auch blau, wie Shiva oder Vishnu, die mit Schlangen um den Kopf abgebildet sind, die sehr wie ein Pilz ausschauen. Krishna ist normalerweise auch blau und wird mit einer Kuh an seiner Seite gezeigt. Die Comic-Schlümpfe sind blau wie Psylozybin. Sie tragen alle Freiheitsmützen und leben in Fliegenpilzhäusern. Es gibt in der Geschichte viele mythologische Pilzfiguren. Perseus war eine altertümliche Pilzfigur, Gründer und König des Stadtstaates Mykene, Pilzstadt. Perseus flog mit Beschwingungen, die linken Sandalen umher, Perseia, ein magisches Kraut, wachsen lassend, wo immer er den Ortband der Scheide seines Schwertes fallen ließ. Wo immer Perseus seine Mütze fallen ließ, pflegten Myces, Pilze darunter zu wachsen. Libertus ist eine weitere Pilzfigur, dessen Abbildungen man an der Spitze des Kapitols in Washington finden kann. Libertus trägt eine Freiheitsmütze oder Phrygische Mütze, welche die Form eines spitzkegeligen Kahlkopfpilzes hat. Dies ist, woher wir die Vorstellung einer Denkkappe haben. Denn wenn du die Kappe, den Hut des Pilzes, verzehrst, wirst du in eine selbstbeobachtende, wundersame Erfahrung teleportiert. Die Phrygische Freiheitsmütze wurde von freimaurerischen Revolutionären während den französischen und amerikanischen Revolutionen sowie von Perseus, Mitra, dem Weihnachtsmann, Elfen und den Schlümpfen getragen. Sie wird gleichfalls als eine Nachtkappe oder Schlaftrunk getragen, eine Doppeldeutigkeit, die heutzutage das Trinken eines alkoholischen Getränkes vor dem Schlafengehen bedeutet. Die ursprüngliche Idee der Nachtkappe jedoch war, wenn mitraische Eingeweihte oder jene von Geheimgesellschaften einen großen Pilzhut zu Essen pflegten, sich dann in heiße Wannen legten und geistig den Körper zu den Sternen hin verließen. Eine andere Pilzfigur war König Arthus von Camelot. Arthus zog das Schwert aus dem Stein, gründete die Tafelrunde und suchte nach dem Heiligen Gral. Alle drei dieser Legenden beziehen sich tatsächlich auf den Pilz. Der Pilz begann wie ein Ei oder ein kleiner weißer Stein, nach oben drückend und winkend wie eine Schlange. Dies ist der Abschnitt des Schwertes in dem Stein. Dann öffnet sich der Pilzhut und breitet sich aus. Er bildet einen vollkommenen Kreis, wie eine runde Tischplatte, der Abschnitt der Tafelrunde. Zuletzt drehen sich die Ränder des Pilzes nach oben, die Säfte des Pilzes und den Tau sammelnd, das trinkbare Blut Gottes. Dies ist als der Abschnitt des Heiligen Graals bekannt und er sieht genau wie ein Pokal aus. Dazu noch mal James Arthur. In seiner Anfangsphase ähnelt der Fliegenpilz einem kleinen weißen Stein. Das Ziehen des Schwertes aus dem Stein, ein Symbol der Machtausübung, ist eine weitere Legende von Arthus, die den Pilz mit dem Mythos verknüpft. Die Suche nach dem Graal selbst ist die Suche nach dem Wissen des Pilzes. Der Parsival-Mythos schildert Handlungsstränge, also Traditionen, welche zu erforschen, jedoch nicht einzuhalten sind, um die Suche abzuschließen. Diese Suche ist in den Mythen als eine Wanderung in den Wald, also die Welt, und das Finden von Pfaden, also Systemen, welchen man vorübergehend folgen kann, beschrieben. Letztendlich muss man jedoch jeden eigenen Weg markieren, um wirklich das Ziel zu erreichen, den Heiligen Graal, die Entdeckung und Verwendung des Pilzes. Die Suche nach dem Heiligen Graal ist eine Mythologie, die durch Anpassungen ein Teil der Kreuzigungsgeschichte geworden ist. Einige der Geschichten beinhalten einen Kelch, der dazu verwendet wurde, etwas von dem Blute des am Kreuze sterbenden Jesus aufzufangen. Diesem Kelch sowie vielen anderen Reliquien wurden somit magische Kräfte zugeschrieben. Historisch ist der Pilz der Behälter für den Nektar des Elixiers der Unsterblichkeit oder das Blut Gottes in zahlreichen Mythen gewesen. Die Endform des Fliegenpilzes mit seinem umgedrehten Hut ist der Grund, warum die Kelch oder Brunnen oder Graal-Symbolik in den Geschichten verwendet wird. Als Kind erlangte König Arthus durch das Ziehen des Schwertes aus dem Stein seinen rechtmäßigen Platz als König. Dies ist symbolisch für die Machtausübung des Pilzes. Der Stein ist eine Metapher für den Pilz und das Ziehen des Schwertes aus ihm ist das Gleichnis, fähig zu sein, die Verschlüsselung aufzubrechen und die Macht der magischen Pflanze zu besitzen. Nachdem Arthus in späten Jahren krank wurde, sagte man ihm, dass er den Heiligen Graal suchen und finden müsse, um seine Kraft zu erneuern und seine Macht zurückzuerlangen. Zitat Ende. Die Kundalini-Schlange ist angeblich dreieinhalb Mal um das Wurzelschakra gewunden. Einmal erwacht windet sich die Energie der Schlange von der Wurzel, dem Stein, hoch und um die Wirbelsäule, den Baum des Lebens. Dieser Vorgang ist vergleichbar mit dem Wachstum eines Pilzes, der am Anfang wie ein Stein ausschaut und sich dann hochwindet wie eine Schlange. Die Energie der Schlange des Wurzelschakras steigt zum Kronenchakra, das gewöhnlich durch einen Adler oder durch einen anderen majestätischen Vogel symbolisiert wird. Man wird häufig spirituelle Symbolik sehen, bei der Schlangen mit Adlern am Kämpfen sind. Deshalb haben ägyptische Pharaonen Kopftrachten, bei denen Schlangen oder Vögel aus dem Punkt des dritten Auges kommen. Nochmal James Arthur. Sich aus dem Anfangs-Ei-Stadium umwandelnd, erscheint dem Betrachter der Pilz eher wie eine Schlange. Ist der Pilz einmal ausgewachsen, verfällt er und hinterlässt ein Loch. Dieses kommt daher, weil er die Kiefernadeln oder die Erde nach außen drückt, wenn er sich ausbreitet. Um das Loch erscheint ein weißer, puderartiger Stoff, tatsächlich die vielen Spuren, die er zurückließ. Dieses Loch ähnelt einer Schlangengrube oder Lager, was eine andere Begründung dafür ist, warum der Pilz als eine Schlange symbolisiert ist. Sehr wahrscheinlich ist die Abbildung der Schlange im Garten Eden, die den Menschen das geheime Wissen offenbarte, dass die Frucht des Baumes des Lebens sie wie Götter macht, ein großartiger Mythos bezüglich dieser Vorstellung. Zitat Ende. John Allegro schrieb in Der heilige Pilz und das Kreuz. Das beste Beispiel von der Verknüpfung zwischen der Schlange und dem Pilz ist selbstverständlich die Geschichte im Garten Eden des Alten Testaments. Das listige Reptil bringt Eva und ihren Mann dazu, von dem Baum zu essen, dessen Frucht ihnen verheißt, und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 4. Die ganze Geschichte um den Garten Eden ist Pilzmythologie, nicht zuletzt in dem Gleichnis des Baumes als heiliger Pilz, wie wir sehen werden. Sogar noch spät im 13. Jahrhundert gab es unter Christen eine Rückbesinnung auf die alten Bräuche, was von dem Fresko-Gemälde auf der Mauer einer verfallenen Kirche in Plain-Coro in Frankreich zeugt. Dort ist der Fliegenpilz herrlich dargestellt, umschlungen von einer Schlange, während Eva daneben steht und ihren Bauch hält. Zitat Ende. Darum verwandelt Medusas Haar Männer zu Stein. Darum ist die altertümliche Pilzfigur Mitra abgebildet, wie er aus einem Stein emporsteigt, umrangt von Schlangen. Mitra, einer von den 15 vorchristlichen Göttern mit genau derselben Geschichte wie Jesus, war unbestreitbar ein Pilzgott. So wie Christen die Kommunion begehen, aßen eingeweihte des Mitra-Kults Pilz-Sakramente als Teil ihrer Verehrung. Genau wie Christen sich in der Kirche anstellen, um den Leib und das Blut Christi zu erhalten, so stellten sich Eingeweihte im Mitreum an, um den Leib und das Blut von Mitra zu erhalten. Nochmal James Arthur. Mitra-Eingeweihte pflegten an einem heiligen Mahl in ihren Zeremonien teilzunehmen, bei welchem sie eine außerkörperliche Erfahrung herbeiführten. Eine rituell gestaltete, heilige, schamanistische und gemeinsame Erkenntnis. Die mitraischen Tempel der Verehrung, als Mitreien bekannt, sind so gestaltet wie nur wenige andere Tempel auf der Welt. Typischerweise befinden sich innerhalb der Kultstätte Reihen von Badewannen entlang der beiden Seitenwände oder in zwei parallelen Reihen von der hinteren Wand nach vorne zu dem Hauptraum. Sie bieten vielen eingeweihten Raum, um während der Zeremonien dort zu liegen. Der Zweck ist die Vereinigung der anwesenden Teilnehmer mit dem weltumfassenden Geist. Im nächsten Abschnitt verlassen sie die Erde, das physische Reich, durch einen spirituellen Flug zum Himmel, zu den Sternen. Mit Salzwasser gefüllt pflegten diese Wannen unmittelbare sinnliche Entzugsbehälter zu werden, ähnlich wie jenen, die in dem Film Der Hölle-Trip gezeigt werden. Die Religion von Mitra dreht sich um die Fähigkeit des Eingeweihten, gemeinsam zu den Sternen zu reisen. Natürlich wurde die außerkörperliche Erfahrung durch den Verzehr des Heiligen Mahls erleichtert. Nach der Einnahme konnten die Eingeweihten Galaxien durchqueren, dabei wie die antiken Ägypter am eigenen Leib die Wirklichkeit, dass der menschliche Geist nicht auf das physische Universum oder in diesem Fall auf seinen Körper beschränkt ist, erfahren. Dies ist die wahre Offenbarung der Unsterblichkeit der Seele oder zumindest die Verwirklichung von dieser. Dieses Konzept ist den ägyptischen Einweihungsriten so ähnlich, dass es ein echter Beweis für die Übernahme von einigen der versteckten Traditionen der antiken Menschen in spätere Verkörperungen von verschiedenen Religionen ist. Die Bibel erzählt vom heiligen Manna, das die Israeliten in der Wüste aßen. Viele Hinweise werden gegeben, was genau Manna ist. Die Bibel sagt, Manna ist ein kleines, rundes, essbares Objekt, welches auf dem Boden erscheint, nachdem der Tau gefallen ist. Wenn Manna zu lange in der Sonne gelassen wurde, pflegte es Würmer zu bekommen und zu stinken. In Exodus Kapitel 16 Vers 14 heißt es, als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas feines, knuspriges, fein wie reif, auf der Erde. Exodus Kapitel 16 Vers 20 fährt fort, Einige ließen etwas bis zum Morgen übrig, aber es wurde wurmig und stank. Die kleinen, runden, essbaren Objekte, die verrotten, Würmer kriegen und stinken, wenn man sie in der Sonne lässt, sind nichts anderes als Pilze. Nochmal James Arthur. Von Manna wurde angenommen, dass es auf wundersame Weise erzeugt wurde, d.h. Geburt ohne Samen. Dies ist eine vollkommene botanische Beschreibung von einem Pilz. Geburt ohne Samen, wundersam, ist, weil Sporen mikroskopisch klein sind und für das menschliche Auge nicht sichtbar. Jesus beschreibt das Manna ausführlich im Buch des Johannes. In dieser Erzählung versucht Jesus klarzumachen, dass es vom Manna zwei verschiedene Arten gibt. Er beschreibt das Manna, welches er seinen Jüngern beim letzten Abendmahl gibt, als das Manna, das Unsterblichkeit beschert. Sein Ausspruch, sofern sie nicht von seinem Fleisch, Körper, Soma, Manna, gegessen haben und von seinem Blut, Soma, Saft, getrunken haben, so habt ihr kein Leben in euch, bekommt eine ganz neue Bedeutung im Hinblick auf diese Entdeckung. Das Manna ist unmittelbar mit der Frucht des Baumes des Lebens im zweiten Kapitel des Buchs der Offenbarung verknüpft. Es ist die Belohnung für jene, welche die Lügen der Welt gemeistert haben. Die Frucht des Baumes, das versteckte Manna und der kleine weiße Stein werden getrennt erwähnt, jedoch im selben Zusammenhang. All diese sind Symbole für den Fliegenpilz. Zitat Ende. Johannes Kapitel 6 Vers 31 bis 41 lautet, unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zum Essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Priester und Pastoren bestreiten heftig, dass das wahre Brot vom Himmel ein Pilz ist, haben es jedoch schwer, es als tatsächliches Brot zu erklären. Brot ist nicht eine kleine runde Sache, die man taubedeckt in der Wildnis vorfindet. Es enthält auch nicht die mystischen Eigenschaften. Dies ist unbestreitbar ein Bezug zum Magic Mushroom. James Arthur nochmal. Das Konzept des wortwörtlichen Essens des Leibgottes wird von den heutigen religiösen Gelehrten stark heruntergespielt. Ein fleischiger Pilz als Körper, Soma, ist sehr viel wohlschmeckender als der Versuch, Kannibalismus oder die Umwandlung von gewöhnlichen Substanzen zu verdauen. Viele Fragen sollten bezüglich dieser weltweiten Vorstellung von der sakramentalen Substanz gestellt werden. Leider meiden die religiösen Fachleute diese Vorstellung, darauf bestehend, dass die gesamte Angelegenheit nicht mehr als Symbolik ist. Ein Symbol deutet auf etwas anderes hin, gewöhnlich nicht auf eine andere Symbolik. In den frühen Jahren des 11. Jahrhunderts entschloss sich die katholische Kirche, das letzte Wort dieser Angelegenheit zu haben, indem sie unter dem Kaiser Papst Innozenz III. die Doktrin der Transsubstantation einführte. Dies bedeutet, dass die Priester durch ihre angebliche heilige Kraft behaupten durch das Aussprechen einiger magischer Worte dazu in der Lage zu sein, gewöhnliches Brot in den wahrhaftigen Leib Gottes zu verwandeln. Dieses Ereignis ist eine der größten Täuschungen aller Zeiten, ist eine Untergrabung der wesentlichen esoterischen Bestandteile der Religion und ist wohl das schlimmste und vernichtendste Ereignis, welches je dem Christentum widerfahren ist und somit auch der Menschheit an sich. Jesus beschreibt deutlich das Manna, das er seinen Körper nennt, im Buch des Johannes. Wiederholt beschreibt er das Manna als eine vor der Welt verborgene, jedoch seinen Jüngern offenbarte Substanz. Das Verständnis der Geschichte des letzten Abendmahls wird sehr einfach, wenn du weißt, wie man dieses Ereignis entschlüsselt. Entschieden sagt Jesus, nehmt und esst, dies ist mein Körper. Johannes Kapitel 6 Vers 53 bis 56 sagt, Jesus sprach zu ihnen wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Zitat Ende. Jesus sagt, dies ist mein Leib, sofern ihr nicht von ihm esst und trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Die sind deutliche Worte. Daher ist es wichtig, sich kurz darüber klar zu sein, dass diese Substanzen, auf die sich Jesus bezieht, keine Obladen und Wein sind. Der Fliegenpilz war lange Zeit vor dem Christentum als das Fleisch Gottes und das Blut der Götter bekannt und dies ist, was damit gemeint ist. Nochmal James Arthur. Dies besagt recht deutlich, dass der Verzehr und das Trinken körperlich ist. Mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank und der Zusatz, dass wenn man isst, dann ist es in dir, lässt wenig Spielraum für eine Diskussion, dass es eine Substanz ist und nicht nur ein imaginäres Symbol. Für jene, die sich entscheiden, es zu diskutieren, bitte ich, mir ihre Substanz zu zeigen, weil man laut Jesus kein Leben in sich hat, sofern man nicht davon gegessen oder getrunken hat. Übrigens muss ich wirklich erwähnen, dass dies nicht irgendein merkwürdiger Hinweis auf Kannibalismus ist. Ich hoffe nicht. Wenn du es dennoch denkst, dann lies weiter. Irgendwo muss etwas dich davon überzeugen, dass er nicht sagte, du mögest einen Bissen von seinem Arm nehmen oder einem anderen Teil seines tatsächlichen Körpers. Meiner Meinung nach trifft die magische Handlung der Transsubstantation nicht zu. Die Aussage von Jesus, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch, sollte wohl den Austausch von was auch immer diese wirkliche Sache ist, mit einem Placebo, also einem Ersatz, verwerfen. Zitat Ende. Der Hindu-Gott Shiva ist manchmal mit einer Hode, Penis, Vagina und einem Busen abgebildet. Dies ist eine weitere Personifizierung des Pilzes, genau wie Mitra. Die erste Wachstumsphase des Pilzes wird als männlich betrachtet, da er wie ein Penis aussieht. Dann drückt der Stiel Hode, Gebärmutter, Brust nach oben aus dem Ei heraus. Wenn die Arme des Pilzhutes sich zu den Seiten hin öffnen, ist es, als ob das Weibliche sich von der männlichen Rippe öffnet. Jesus, wie Krishna, Dionysus und die anderen Pilzfiguren, steht mit den Füßen zusammen, trägt eine Dornenkrone und einen Schurz um die Lenden während der Kreuzigung. Seine ausgestreckten Beine und Arme am Kreuz bilden dieselbe Form wie der Buchstabe T, wie der Pilz in seiner ausgewachsenen Phase des runden Tisches. Der von Jesus getragene Schurz ist der Ring, die Manschette, die in der Mitte um den Stiel von allen Fliegenpilzen ist, und Jesus' Dornenkrone ist der dornige, unebene obere Teil des Hutes des Pilzes. Die Begründung, dass Jesus gekreuzigt wird und uns mitteilt, seinen Körper zu essen, ist, dass der Pilz für uns sterben muss, damit wir ihn essen. James Arthur, dass die Pilze vor dem Verzehr getrocknet werden müssen, ist eine weitere beschönigende Umschreibung des Gottes, der sterben oder sich opfern muss, um die Menschheit durch Buße zu retten. Es ist ungewiss, ob man durch Nachforschung der Geschichte von allen Göttern den Ursprung finden kann. Dieser Ursprung befindet sich in den Mythen der Götter selber, da dies gleich bleibt. Zitat, Nimm und ess von mir, dies ist mein Leib. Zitat Ende. Ist das wesentliche Thema. Alle altertümlichen göttlichen Mythen enthalten irgendeine Art von sakramentalem Essen, und im übertragenen Sinne wird dieses Essen gewissermaßen eine Personifizierung des Gottes selbst. Zitat Ende. Jesus starb für unsere Sünden. Sünde ist von der Wort Herkunft her ein Begriff aus dem Bogen schießen, welcher das Ziel verfehlen bedeutet. Der Pilz stirbt, damit wir ihn essen können, und die durch ihn bescherten, selbst beobachtenden Erfahrungen waschen uns von Sünde rein. Du verstehst nun, wie du im Leben das Ziel verfehlt hast. Dies ist die ursprüngliche Bedeutung, aber die Kirche hat dieses Konzept in einen Schuldkult verkehrt, die Menschen mit der Hölle einschüchternd und sie in Beichtstühle lockend, um ihre Sünden zu bereuen. Am Kreuz wurde Jesus in die Rippen gestochen, sein Blut trat aus und wurde in einem heiligen Gral gesammelt. Das Konzept eines an der Seite verwundeten Heilands war ein weit verbreitetes Thema unter vorchristlichen Göttern. Der Vatikan und die Templer haben die Idee gefördert, dass das Grabtuch von Turin, die heilige Lanze von Longinus und der heilige Gral tatsächliche Artefakte sind, während sie in Wirklichkeit alle okkulte Symbolik von altertümlichen Pilzmythologien sind. Sprüche Salomons, Kapitel 5, Vers 15 sagt, Trink Wasser aus deiner Grube und Flüsse aus deinem Brunnen. Johannes Kapitel 7, Vers 37-38 sagt, trat Jesus auf, rief und sprach, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Von Jesus heißt es, er habe Wasser in Wein verwandelt und spricht davon, Wasser von ihm zu trinken und von deinem eigenen Brunnen. Was bedeutet dies alles? Dazu Dana Larsson aus die psychedelischen Geheimnisse vom Weihnachtsmann. Die aktiven Bestandteile des Fliegenpilzes werden nicht vom Körper verstoffwechselt und so bleiben sie im Urin aktiv. Tatsächlich ist es sicherer, den Urin von irgendjemandem zu trinken, der den Pilz konsumiert hat, als den Pilz direkt zu essen, da viele der giftigen Verbindungen beim ersten Durchgang durch den Körper verarbeitet und beseitigt werden. Es war bei Menschen der Antike Gebrauch, die starke Wirkung des Pilzes durch das Trinken des Urins eines anderen wiederzuverwerten. Die Bestandteile des Fliegenpilzes können sogar nach dem sechsten Durchgang durch den Körper wirksam bleiben. Manche Gelehrten behaupten, dass dies der Ursprung der Redewendung angepisst sein sei, da dieser Brauch des Urintrinkens dem Konsum von Alkohol tausende Jahre vorausging. Häufig pflegte man den Urin von ausgeflippten Rentieren wegen seiner psychedelischen Wirkungen zu trinken. Der Effekt geht auch andersherum, da Rentiere ebenfalls gerne den Urin eines Menschen trinken, besonders von einem, der die Pilze gegessen hat. Tatsächlich suchen die Rentiere nach menschlichem Urin zum Trinken und einige sibirische Stammesangehörige haben Behälter aus Robbenfell mit ihrem eigenen Urin dabei, welche sie dazu verwenden, verstreute Rentiere zurück in die Herde zu locken. Zitat Ende. Ist dies der Grund dafür, dass man oft Steinbrunnen mit kleinen Jungen sieht, die in nach oben gerichtete Skulpturen pinkeln, die wie Pilze aussehen? Jesus sieht man oft abgebildet, wie er eine weiße Flagge mit einem roten Kreuz darauf hält, das Symbol der Ritter des Templerordens bzw. der Freimaurer. Beziehen sich die rot-weiße Flagge von Jesus und die Kleidung der Templer auf den Fliegenpilz? Der Oxford-Absolvent und führende Sprachforscher John Allegro wurde damit beauftragt, die Schriftrollen vom Toten Meer zu übersetzen. Nachdem jedoch sein Buch Der heilige Pilz und das Kreuz erschien und er starb, kaufte die katholische Kirche schnell die Rechte daran und ließ es verschwinden. Ein Insider des Vatikans wurde zitiert, dass man es nie wiedersehen wird. Es ist zurzeit kaum in einem E-Book-Format erhältlich, wurde aber auch seit Jahren nicht mehr verlegt. Buchautor Dan Brown schüttelt jedoch dem Papst die Hand und Machwerke wie sein Der Da Vinci Code und weitere Pseudo-Verschwörungsunterhaltung sind Bestseller und Kino-Hits. Dazu James Arthur. John Allegro verknüpfte linguistisch das Soma, griechisch für Körper, das Mana, sumerisch für Pilz, es gibt davon zwei Arten, die Namen Jesus, Jakobus und Johannes, die Frucht von dem Baum der Erkenntnis und das Symbol des Kreuzes, zu dem Fliegenpilz, durch die Behauptung, dass all diese Namen und Begriffe und andere Synonyme und Wortspiele für die versteckte Identität des Pilzes sind. Überflüssig zu erwähnen, dass die religiösen Gelehrten außer sich waren. Die Verteidiger der Bibel machten sich sofort daran, alles zu widerlegen, was er sagte. Obwohl er den Horizont von einigen etablierten Forschern erweiterte, sind die meisten seiner Assoziationen nicht anerkannt. Zitat Ende. David Icke schrieb in Das größte Geheimnis, die Schriftrollen vom Toten Meer, gefunden im Jahr 1947 in einer Ruinenstätte nahe Qumran, boten trotz Unterdrückung durch die Behörden, welche die offizielle Version der Geschichte aufrechtzuerhalten wünschen, eine größere Einsicht in die Lebensart und Vorstellungen der Essener oder auch Essener. Die Rollen wurden vor den Römern während des unglücklich verlaufenden Aufstands um 70 nach der Zeitenwende versteckt. An die 500 hebräische und aramäische Schriftstücke wurden gefunden, die Texte vom Alten Testament beinhalten, darunter ein vollständiger Entwurf des Buches von Jesaja, hunderte Jahre älter als jenes in der Bibel. Es gab sehr viele Schriftstücke bezüglich der Gebräuche und der Gesellschaftsform der Essener. Die Schriftrollen bestätigen, dass die Essener Fanatiker waren, die den levitischen Vorschriften im Alten Testament aufs Wort folgten. Jeder, der dies nicht tat, war ihr Feind und sie waren entschiedene Gegner der römischen Besatzung. Die Essener hatten ein ausgeprägtes Verständnis für Drogen, einschließlich der ganzen Bandbreite halluzinogener Substanzen, die bei den Aufnahmeritualen der Geheimgesellschaften und um in andere Bewusstseinszustände einzutreten, verwendet wurden. Die Eigenschaften der heiligen Pilze oder Pflanzen waren in dem Maße Teil des Lebens in den Geheimgesellschaften, dass der jüdische hohe Priester eine Pilzmütze trug, um deren Wert anzuerkennen. Sie hatten für ihre Vorbereitung und Verwendung besondere Rituale. Dem Pilz wurde auch ein Beiklang des Sohn Gottes gegeben und er wurde mit dem Zyklus der Sonne in Verbindung gebracht. Die Pilze wurden mit großer Ehrfurcht vor dem Sonnenaufgang gesammelt und viele Symbole dieses Rituals kann man in der Bibel und weit älteren Schriftstücken finden. Die Verwendung des heutigen Pilzes und anderer Substanzen und das geheime Wissen über ihre Eigenschaften kann man bis zu den frühesten Tagen von Sumer zurückverfolgen. Zitat Ende. John Allegro zeigt, wie die Bibel, die Schriftrollen vom Toten Meer und die Herkunft von verschiedenen mesopotamischen Sprachen alle Wortspiele und Begriffe von Pilzen und Sexualität in sich haben. Dies ist aufgrund der Bekanntheit von Pilz- und Fruchtbarkeitskulten in der vorchristlichen Welt. Die Sprachen der Bibel, Hebräisch, Griechisch und Aramäisch sind letztlich alle von dem antiken Sumerisch abgeleitet, bei dem viele ursprüngliche Bedeutungen seit langem verloren gegangen sind. Zum Beispiel haben die Götter von den Griechen und Hebräern, Zeus und Yahweh, Namen, die von den sumerischen Wörtern mit der Bedeutung Same des Lebens und Saft der Fruchtbarkeit abgeleitet wurden. Der Name Herodes, wie beim König Herodes, Ardeola im Lateinischen, dient einem Wortspiel des semitischen Ardilia, was Pilz bedeutet. Der Name Jesus, Hebräisch, Jehoshia, stammt von dem sumerischen Yahushia, was Same, der rettet, erhält, heilt, bedeutet. Dies ist vergleichbar mit dem Fruchtbarkeitsgott Dionysos, dessen Kultsymbol ein erregierter Penis war und dessen sumerischer Name Yah-U-No-Shush, ebenfalls Same, der rettet, bedeutet. Nochmal John Allegro. Hier verbirgt sich wieder das wesentliche Konzept des Pilzkultes. Hier ist man richtig bezüglich der geheimnisvollen Fruchtbarkeitsphilosophie. Um beispielsweise ihre Gleichnisse des Himmelreichs auszudrücken, machen die Verfasser Vergleiche mit Objekten und Tätigkeiten, die, wenn man sie nur oberflächlich betrachtet, oft absurd erscheinen, überdies noch widersprüchlich bezüglich der Art und Form des kommenden Himmelreichs. Der Abschnitt, der das Himmelreich mit einem Senfkorn vergleicht und dann von nistenden Vögeln in den Zweigen einer großen Pflanze spricht, wie Matthäus, Kapitel 13, Vers 31 und so weiter, hat die biblischen Naturalisten dahingehend abgelenkt, dass sie nach einem Senfbaum Ausschau halten, der für einen Schlafplatz für Vögel geeignet scheint. Sie hätten sich den Aufwand sparen können, da der Bezug einfach ein Wortspiel des semitischen Kadele, Senf, und Adile, Pilz, ist. Wenn es uns merkwürdig erscheint, dass die Schreiber dieser Geschichten so umfangreich auf solch banale literarische Mittel wie Wortspiele zurückgriffen, sollte man sich daran erinnern, dass sie Erben einer sehr langen Tradition dieser Art der Wortverstellung waren. Das Alte Testament ist voll davon, besonders was ordentliche Namen angeht, und sehr viel mehr Beispiele liegen fast sicher unter der Oberfläche verborgen, bei denen die Verfasser mit Dialekten der Wörter spielten, die über die Jahrhunderte hinweg verloren gingen. Außerdem wird es nun deutlich, dass sich uns viele der Gebräuche des Alten Testaments in einem semitischen Dialekt zeigen, welcher nicht der war, in dem sie verfasst wurden, sodass das ursprüngliche Wortspiel, welches die ausdrückten, verloren gegangen ist. Zitat Ende. Heutzutage wird der Pilz im Iran Sam-Iruk genannt, was man zu dem sumerischen Sh-u-Mar-Ugu-Aga oder Krone von dem Mutterleib, Gönner, der Eichelspitze des Pilzes, zurückverfolgen kann. Das sumerische Bar-Iya-U-Na, Hülse der Fruchtbarkeit, Mutterleibs bedeutend, ist mit mehreren Namen verknüpft, die den Pilz mit dem winzigen Mutterleib in Bezug bringen, aus welchem der Stil entsteht. Ein weiteres aramäisches Beispiel ist Erfreuen der Juden. Was von dem sumerischen Pilznamen Masch-Tab-Ba-Ri oder jener, der die Hebräer oder Juden erfreut, herkommt. Das hebräische Koterei von dem sumerischen Gu-Tar bedeutet Spitze des Kopfes, Penis, und ist das gebräuchlichste semitische Wort für Pilz. Im arabischen ist es Putr, im aramäischen ist es Pitra und im englischen Neuen Testament ist es Peter. Allegros Beispiele fahren in dieser Weise über 100 Seiten fort. John Allegro schreibt, wir können keinen Zweifel an der Wirkung auf unser Verständnis von dem Ursprung und dem Wesen des Christentums haben, welche die Hinzufügung eines neuen Pilz-Konzeptes in das Bild des Neuen Testamentes hat. Denn die Pseudo-Übersetzung zeigt eine Absicht der Irreführung. Und da Pilze in der oberflächlichen Erzählung von Jesus nicht erscheinen, folgt daraus, dass der geheime Bezug zu dem Kult die wahre Bedeutung des Ganzen sein muss. Wenn die Verfasser sich die Mühe machten, hier und wie wir gesehen haben auch an anderen Stellen, durch ausgeklügelte literarische Mittel geheime Bezeichnungen des Pilzes zu verstecken, dann muss seine Verehrung nicht nur wesentlich für die Religion gewesen sein, sondern die Erfordernisse müssen verlangt haben, dass sie unter den Eingeweihten und ihren Nachfolgern in einer Weise vermittelt werden, die ihre Feinde nicht auf sie bringen würde. Es folgt daraus, dass die oberflächlichen Einzelheiten von Geschichte, Namen, Orte und möglicherweise dogmatischen Lehren gleichermaßen falsch sein muss, wie die Pseudo-Darstellung von den geheimen Namen. Zitat Ende. Acharia S. schrieb in Die Christus-Verschwörung, Für Jahrhunderte wurde von den religiösen Fanatikern das Bild eines moralischen Menschen vorgegeben, der nicht nur auf Sexualität verzichten muss, sondern sie auch verachten muss, sie wie ein Fluch des Teufels betrachten soll, anstatt ein Geschenk Gottes. Dasselbe kann von den Drogen gesagt werden, zumindest von der Bandbreite, die irgendetwas mit Bewusstseinsveränderung zu tun hat, sogar wenn solche Drogen in Gestalt der von Gott gegebenen Pflanzen sind. Daher ist das Bild von einem religiösen oder redlichen Mensch im Wesentlichen jemand, der heterosexuellen Geschlechtsverkehr nur mit einer Person in einer genehmigten Ehe haben muss, wenn überhaupt in einem ständigen Modus der Fortpflanzung sein muss und vollkommen nüchtern zu sein hat. Jene, die denken, dass man das Leben genießen sollte, anstatt es nur durchzuhalten, stellt sich dieses Bild als langweilig und roboterhaft dar. Die Wahrheit ist, dass es Zeiten gab, als Kulturen die heiligen sexuellen Praktiken und heiligen Pflanzen als Geschenke Gottes nicht nur anerkannt haben, sondern als Pfade zu Gott oder dem weltumfassenden Bewusstsein. In der Tat wurden Sex und Drogen von jeher als Mittel angesehen, eine Einheit mit dem Göttlichen herzustellen, was ein Hauptgrund hinter der negativen Note ist, die sie von den religiösen Fanatikern erhalten, die darauf bestehen, dass nur sie, Jesus oder ein anderes Wesen, der Weg zum Göttlichen sein kann. In Wirklichkeit ist es die Aufgabe des Priesters, eine künstliche Trennung zwischen Menschen und dem allgegenwärtigen Gott zu schaffen. Zitat Ende. Durch den langen Prozess des schrittweisen Wandels haben die christlichen Kirchen und andere Religionen der Geheimgesellschaften vollkommen geändert, was es heißt, religiös zu sein. Die altertümliche Welt bestand aus Pilz- und Fruchtbarkeitskulten, Verehrung der Natur und eine auf Astrologie und Astronomie aufgebaute Theologie. Heutzutage werden die drei Dinge der altertümlichen Verehrung, auf die moderne Religionen aufgebaut sind, Sex, Drogen und Astrologie, verdammt und als sündhaft betrachtet. Nochmal Acharia S. Wenn eine allmächtige, diktatorische Staatsreligion Erfolg haben will, müsste sie dieses Konzept des heiligen Sex und der sakramentalen Drogen von dem menschlichen Bewusstsein löschen und es mit Furcht und Schuld ersetzen. Beispielsweise so, dass diejenigen, die Sex haben, sich von ihren vermeintlichen Sünden durch die Beichte oder andere priesterliche Handlungen zu reinigen hätten. Die Ausnutzung der menschlichen Schwäche, besonders hinsichtlich Sex, klappte hervorragend für priesterliche Verschwörer, da sie gegen ihn schmähen konnten, sehr genau wissend, dass Menschen fortfahren, ihn zu haben, sodass die Schuldigen dann gezwungen sind, immer wieder zur Kirche für die Freisprechung von der angeblichen Sünde zurückzukehren. Trotz ihrer besten Bemühungen konnten die religiösen Fanatiker je noch nicht die weitverbreiteten spirituellen Praktiken bezüglich Sex und Drogen beseitigen, nicht mal unter Todesstrafe. Tatsächlich praktizieren sie diese selbst, während sie heuchlerisch ihren bösen Charakter den Massen predigen und sie zur Enthaltung ermahnen. Wie erwähnt, hat der Gebrauch von Sex und Drogen zusammen mit dem Wissen von der Astrologie einen Teil der esoterischen Religionen oder von den Geheimgesellschaften vor den Massen versteckten Mysterien gebildet, die nach außen gewandte und oberflächliche Religionen für die Massen schufen. In der Tat stellen diese Sakramente einen beträchtlichen Teil der Mysterien dar, da viele Geheimgesellschaften und Kulte Sex und Drogen bei ihren Einweihungsriten verwendeten. Nochmal James Arthur. Ich habe persönlich mit hohen Priestern und Bischöfen gesprochen, Eingeweihte der Geheimgesellschaften, die mir einfach mitteilten, dass sie mit mir nichts diskutieren können wegen ihrem Verschwiegenheitseid. Es hat sie tatsächlich umgehauen, dass ich dieses Wissen habe. Es jagte ihnen total Angst ein. Entheogene und besonders der Fliegenpilz sind ein riesiges Geheimnis. Die Einweihungsriten bei diesem besonderen Bereich sind so tief in dem Kaninchenbau der Geheimgesellschaften und Religionen verborgen, dass, wenn man diejenigen findet, die Bescheid wissen, sie völlig verblüfft sind, dass es sonst irgendjemand weiß, weil es ihre tiefste Spiritualität trifft und in den Kern ihrer geheimsten, von Gott oder der Gesellschaft bescherten Erfahrungen der Indoktrination berührt. Sie haben diesen gewissen Ausdruck in ihren Augen, und sofern man nicht als eine Bedrohung für sie angesehen wird, haben sie stets das Bedürfnis, es dir zu sagen, dass sie wissen, wovon du redest, was eigentlich schon ein Verstoß gegen ihren Eid darstellt. Jedoch können sie es nicht weiter diskutieren. Ich bin puzzelt. Are you really seriously suggesting that Jesus Christ was a Mushroom? Put pretty blankly, yes. Surely you don't suggest that Jesus Christ and his various disciples were not human creatures? Yes. You are dealing with a secret cult, a secret society. The stories of the New Testament contain certain incantations, certain magic names, which were really the names of mushrooms. No, but the Reuters, the Reuters, Matthew, Mark, Luke, John, these men who wrote the story, you are telling me they did not exist? No. None of them existed? It's part of mythology. It's part of Mushroom mythology. See you. See you.